Am Freitag, den 9. Juli 2021, wurde das anlässlich des Jubiläumsjahres 100 Jahre Burgenland neu renovierte Wegkreuz zwischen Güssing und Urbersdorf gesegnet. Die Felderntag bzw. der Festakt, zu dem der Kommandant und der stellvertretende Kommandant des Jägerbataillons 19, viele Kameraden und Mitfeiernde aus der Umgebung, sowie auch der Herr Bürgermeister und der Herr Vizebürgermeister gekommen waren, wurde von einem Ensemble der Militärmusik Burgenland umrahmt. Wir hoffen, dass das Kreuz auch in Zukunft viele Vorbeikommenden zum Gebet einlädt. Danke und vergelt Gott nochmals allen Helfern von Nord bis Süd im schönen Burgenland und auch allen Dienststellen des österreichischen Bundesheeres außerhalb des Burgenlandes, die uns unterstützt haben. Herr Pfarrer, heute war es Segnung von dem restaurierten Kreuz, aber was mich interessiert, wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Kreuz, so ein wunderschöner restauriertes Kreuz zu verwandeln? Ja, wir haben im Militärpfarrgemeinderat besprochen, was wir anlässlich 100 Jahre Burgenland machen möchten, im Nord, Mitte und Süd. Im Norden wird zum Beispiel die Caroluskapelle renoviert und dann haben wir gesagt, im Süden, was ist in der Nähe von der Kaserne, wo wir uns einfach beteiligen können und einfach ein Zeichen setzen. Ich glaube, in diesem Jahr ist es wichtig, wirklich auch Zeichen zu setzen, dass wir eine gute Verwurzelung in der Vergangenheit haben und die in die Zukunft hineintragen und das zeichnete das Burgenland aus, von Nord bis Süd. Und wie haben Sie das Kreuz entdeckt? Das hat eine unserer Militärpfarrgemeinderäte, das ist sein täglicher Weg in die Kaserne und es ist auch in der Nähe von unserem Garnisonsübungsplatz. Das heißt, da kommen auch mitunter die Soldaten immer wieder vorbei und das ist ganz, ganz gut. Es liegt wunderbar gelegen am Radweg, wirklich wo Leute Erholung suchen und so, vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken kommen können, wenn sie hier beim Kreuz verweilen. Kommen dort noch welche Sessel, dass Sie hinsetzen und betrachten und beten? Es ist eine Bank zumindest geplant, dass man auch wirklich hier sich tatsächlich nachher setzen kann und da wirklich vor dem Kreuz meditieren, beten oder einfach einmal wirklich die Seele baumeln zu lassen und das ist viel wert. Es waren viele Besucher, Sie haben nicht erwartet so viel durch die Corona? Es waren wirklich sehr, sehr viele da, die mit uns gefeiert haben und das freut uns sehr, weil wir hätten ja heute unseren Traditionstag oder haben unseren Traditionstag in der Kaserne, aber eben ohne Besucher, ohne Öffentlichkeit. Und das ist schön, dass wir hier bei dieser Andacht diesen Festtag eigentlich wirklich auch mit Teilen der Bevölkerung feiern konnten und so wirklich ein Bindeglied schaffen konnten. Und zum Schluss, was wünschen Sie Bürgerländer und Bürgerländerinnen? Ich wünsche, dass Sie wirklich diese Menschenfreundlichkeit und diesen gesunden Fleiß und diese Lebensfreude wirklich auch in die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte hineintragen und somit wirklich ganz, ganz starke Zeugen der Fröhlichkeit und eines wirklich fröhlichen Menschseins verkünden. Ich wünsche, dass Sie das nicht so, dass es so, dass Sie das nicht so, dass Sie die Musik sehr gut machen können. Musik Hohe Geistlichkeit, der Militärpfarrer, Militärtikan, Dr. Dr. Alexander Wesseli, lieber Pater Anton aus der Stadtpfahre, geschätzte Herr Oberst Höfler, unser Paterionskommandant, werte Herr Bürgermeister, werte Herr Vizebürgermeister, geschätzte Pfarrgemeinde, als Militärpfarrgemeinderat darf ich Sie sehr herzlich zur Segnung dieses neu renovierten Wegkreuzes begrüßen. Sehr herzlich darf ich für die Familie Draskowitsch, Sie gnädige Frau, in unserer Mitte begrüßen. Begrüßen darf ich auch das Ensemble der Militärmusik des Militärkommandos Burgenland unter der Leitung von Herrn Kapellmeister, Oberst Mirtl. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Ich möchte kurz auf den Werdegang der Restaurierung dieses Wegkreuzes eingehen. Bei einem Gespräch des Militärpfarrgemeindes Rates Güssing mit unserem Militärpfarrer wurde die Idee geboren, im Zuge 100 Jahre Burgenland ein Projekt zur Sanierung von religiösen Kulturgütern zu initiieren. Schnell kamen wir auf dieses schöngelegene Wegkreuz nahe der Kaserne, das bereits in die Jahre gekommen war und daher dementsprechend verwittert war. Die ursprüngliche Idee, nur den ausgebleichten Korpus herzurichten, wurde schnell verworfen, da sich bei der Montage zeigte, dass das Holzkreuz selbst sehr ramponiert war und ebenfalls zu erneuern wäre. Trotz der zu erwartenden höheren Kosten gab es grünes Licht durch unseren Militärpfarrer und wir konnten mit der Planung und Umsetzung der Renovierung beginnen. Das Kreuz wurde durch unseren Instandsetzungszug des Jägerpator 19 demontiert und der Korpus unternahm eine längere Reise, nämlich zum beauftragten Künstler nach Tirol. Hier kam uns zugute, dass die zweite Jägerkompanie, welche gerade eine Kardanwärtausbildung durchführt, eine zweiwöchige Gebirgskampfausbildung in Tirol absolvierte und so konnte der Transport ohne Mehraufwand zum und vom Künstler durchgeführt werden. Wir haben versucht, alle Möglichkeiten des Bundesheeres zu nutzen und so wurden beispielsweise die Nägel in den Wundmalen Christi, die alten waren nicht mehr zu gebrauchen, in der Hufschmiede, der Tragtierstafel auf dem Truppenübungsplatz Hochfilzen in Tirol hergestellt. Das Holz für das massive Kreuz stand aus den Wäldern der Familie Draskowitsch und wurde auch im Sägewerk der Familie zugeschnitten. Weiter verarbeitet und zusammengezimmert wurde das Kreuz in der Tischlerei des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf. Schlussendlich wurden die verschiedenen Teile wieder in der Kaserne Güssing zusammengeführt und wiederum durch unseren Instandsetzungszug zusammengefügt und hier aufgestellt. Sie sehen, es haben sich hier tatsächlich sehr viele Dienststellen des österreichischen Bundesheeres mitgewirkt und zusammengearbeitet. Das Kreuz ist somit auch zu einem verbindeten Element und Brückenschlag zwischen dem Pfarrgemeinderat Süd und Nord geworden und somit auch ein schönes Zeichen, wie ich meine, für 100 Jahre Burgenjahr. Ich darf mich noch kurz bei den Mitwirkenden bedanken, bei der Familie Draskowitsch, zunächst, dass es möglich war, dieses Projekt durchzuführen, für die Zurverfügungstellung des Holzes, für das Kreuz und das Zuschneiden im Sägewerk. Beim Restaurator, beim Künstler, Herr Markus Kniebeis aus Miming in Tirol, ich glaube, dass die Restaurierung sehr gelungen ist und es kann sich wirklich sehen lassen. Bei der zweiten Jägerkompanie unter der Führung von Oberleutnant Binder, welche für den Hin- und Rücktransport nach Tirol verantwortlich war. Bei der Tischlerei am Truppenübungsplatz Bruckneudorf, heute anwesend, ist der Herr Oberassistent Werdenitsch und der Herr Grundwehrdiener Rekrut Senft. Sie haben sich sofort bereit erklärt, das Holzkreuz zu zimmern. Bei den Kasernenwarten der Kaserne Güssing, vor allem beim Herrn Nikolastik, welcher diesen Platz ausgemäht und auch die Bäume entestet hat, damit das Kreuz zur Geltung kommt. Auch die Stadtgemeinde Güssing hat mitgewirkt. Der Sockel des Kreuzes wurde von Gemeindearbeitern gekärchert und gereinigt. Herr Bürgermeister, danke dafür. Zu erwähnen ist noch, dass der Sockel, der soll noch verputzt werden, und zwar hat sich bereit erklärt der Herr Luisser, das ist der ehemalige Landesschulinspektor für Berufsschulen im Burgenland und er wird sich dieser Sache annehmen. Danke auch an den Instandsetzungszug des Jägerpartner 19 unter der Führung von Herrn Schützeleutern Fleck. Soldaten des Zuges haben die fachmännische, nicht einfache Demontage, wie man dann gesehen hat, des Kreuzes durchgeführt, die Überdachung restauriert, alle Teile wieder zusammengebaut und schließlich das Kreuz wieder auf den angestammten Platz aufgestellt. Bei unserem Paterionskommandanten, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Militärpfahre hat und auch dieses Projekt sehr unterstützt hat. Erlauben Sie mir, mich auch bei meinem Militärpfarrgemeinderat zu bedanken. Gute Ideen zu haben ist eine Sache, irgendwer muss das Ganze jedoch auch umsetzen. Ich möchte mich hier wirklich bei meinen sehr engagierten Mitgliedern des Pfarrgemeinderates bedanken, die immer sehr tatkräftig unterstützen, bei diesem Projekt vor allem Herr Vizepräsident Wölfer und Herr Offizier, Stellvertreter Zivkowitz. Vor allem möchte ich mich aber bei unserem Militärpfarrer, Militärdekan Alexander Wesseli bedanken. Lieber Alexander, danke, dass es möglich war, dieses Projekt zu realisieren, für deine Unterstützung und nicht zuletzt auch für das Aufbringen der nicht unerheblichen Geldmittel. Vielen Dank und vergelts Gott! Ich möchte mit dem Spruch, welcher an diesem Kreuz angebracht ist, schließen. Überall in der Natur siehst du des großen Gottes Spur. Doch willst du ihn noch größer sehen, dann bleib vor diesem Kreuze stehen. Aber das ist in der Natur, die mehr so viel zu tun ist. Musik Am 6. Juli jährte sich die Schlacht bei Badkow erfolgreich geschlagen durch unseren Traditionsverband, dem Infanterie-Regiment 83, zum 104. Mal. Musik Normalerweise würde heute ein großer Festakt, der Traditionstag des Jägerbataillons 19, so wie Sie ihn wahrscheinlich kennen, in der Monte-Guccoli-Kaserne stattfinden. Durch die vorgegebenen Covid-Regeln wird es heute nur ein Antreten ohne Gäste geben. Umso mehr freut es mich, dass ich hier bei der Segnung dieses Wegkreuzes die Gelegenheit habe, ein paar Worte an Sie zu richten. Vorweg, es wurde bereits viel Dank ausgesprochen, möchte ich mich bei unserem Militärtekan nochmals für die Initiative zur Renovierung dieses Kreuzes anlässlich 100 Jahre Burgenland bedanken. Das Jägerbataillon 19 und die Betriebsstaffel Monte-Guccoli-Kaserne haben dieses Vorhaben gerne unterstützt und ich bedanke mich auch bei allen Herren, die hier ihren Beitrag geleistet haben. Das christliche Kreuz ist für uns Soldaten ein besonders bedeutsames Symbol. In Erfüllung unserer soldatischen Pflicht, nämlich für den Frieden einzustehen, sind wir aufgefordert, auch das eigene Leben einzusetzen, wenn es notwendig ist. Aber durch den Opfertod Christi ist das Kreuz zum Zeichen des Sieges über den Tod geworden und nimmt uns so ein Stück der Angst vor den tödlichen Gefahren im militärischen Einsatz. Das Kreuz symbolisiert mit den beiden Balken die Verbundenheit der Menschen mit der Erde und den Mitmenschen sowie den tödlichen. Die gemeinsame Anstrengung der Renovierung hat die Verbundenheit des Jägerbataillon 19 mit der Militärpfahre wieder einmal unter Beweis gestellt. Und so möchte ich die heutige Segnung und dieses Wegkreuz auch als Zeichen der Verbundenheit des Jägerbataillon 19 mit der Stadtgemeinde Güssing, den umliegenden Gemeinden des ganzen Südburgenlandes und seiner Bevölkerung verstehen und diese Verbundenheit hier deutlich zum Ausdruck bringen. Hier am Radweg gelegen wird vielleicht auch der eine oder andere Urlauber stehen bleiben, vielleicht eine Rast machen oder ein paar andächtige Minuten verbringen. In den letzten 100 Jahren, seit das Burgenland zu Österreich gehört, hat es eine bewegte Geschichte gehabt, ist vom Rand des damals westlichen Europas ins Zentrum gerückt. Ich wünsche uns, dass dieses Wegkreuz seine Funktion als Symbol und Städte der Andacht länger als die nächsten 100 Jahre erfüllt und verspreche Ihnen, dass wir, die Soldaten des Jägerbataillon 19, weiterhin mit ganzer Kraft unsere Aufträge erfüllen werden, zum Wohle unserer Republik Österreich in einem freien und umgeteilten Europa. Es lebe die Garnisonsstadt Güssing, es lebe das Jägerbataillon 19, gemäß unserem Wahlspruch vorwärts mit frischem Mut. Güss. 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 Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift, Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt auf dem Weg ihrer Weisheit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt Weisheit Gottes angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit nicht erkannte, Beschloss Gott, alle die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus aus den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenden aber Juden wie Christen, wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Liebe Mitbrüder in der Verkündigung des Wortes Gottes, geschätzte Kameradinnen und Kameraden, liebe Angehörige der Militärpfarrer Burgenland, liebe Kameraden und Freunde der Militärmusik, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die sich hier versammelt haben und all jene, die mit uns jetzt per Livestream verbunden sind. Lieber Markus, der du jetzt wahrscheinlich auch in Tirol zusiehst und mitfeierst. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein empörendes Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Dieser Text ist 2000 Jahre alt und heute könnten wir ergänzen, nicht nur für die Juden, sondern für viele, vor allem für jene, die politisch korrekt zu sein glauben, ein empörendes Ärgernis. Und in Zeiten, wo die Diskussionen über Kreuze im öffentlichen Raum immer wieder aufbranden, haben wir ein Kreuz saniert. Wir stehen nicht nur zu unseren Glauben, wir stehen auch zu unseren kulturellen Wurzeln, die unseren Kontinent geprägt haben und auch in Zukunft prägen sollen. All jene, die das Kreuz im öffentlichen Raum weghaben wollen, entblöden sich aber nicht gleichzeitig, alles Christliche einzufordern, die freien Tage, Bonitäten und Sonstiges. Und oftmals verkommt nachher die Religion als billiger Deckmantel, dass man noch mehr bekommt in einer Gesellschaft, die immer mehr zu Ich-AG wird. Von Nord bis Süd. Das Kreuz fest verankert in der Erde, es soll auch uns wieder erden, es soll uns tief verwurzeln lassen, damit wir wie der gekreuzigte Heiland tatsächlich nach oben blicken können, von dem wir alle Hilfe erwarten. An Gottes Segen ist nicht viel gelegen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das haben wir gerade im letzten Jahr doch so schmerzhaft feststellen müssen. Dass der Mensch, der glaubt, alles zu können, der Mond- und Mars-Expeditionen plant, nicht einmal einen Virus im Griff hat, einen Virus, den wir mit freiem Auge nicht sehen. Das, was wir sehen, ist die Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus. Das Kreuz, eine Torheit. Aber Hand aufs Herz machen nicht Torheiten, das Leben erst lebenswert und liebenswert. Hand aufs Herz, ist es nicht lächerlich, Jahr für Jahr den Christbaum herzuräumen und aufzuputzen im Bewusstsein, dass er einige Wochen später wieder abgeräumt und weggeworfen wird. Hand aufs Herz an die Köchinnen und Köche und da ist es nicht nahezu lächerlich, stundenlang in der Küche zu stehen und das Essen ist in einer halben Stunde gegessen. Ist das nicht eine Torheit? Und dennoch liebenswert und lebenswert. Ja, die Torheit macht das Leben Leben und liebenswert. Für einen ist die Torheit auch leidenswert gewesen, nämlich für Jesus Christus, der uns durch die Torheit des Kreuzes letztlich die Ewigkeit erkauft hat. Gestern am Abend nach einem wunderbaren Festtag in der Monte Cuccoli-Kaserne haben wir viele Diskussionen und Gespräche mit den jungen Kameraden führen können. Und ich habe nachher gesagt, auch gefragt, was glaubst du eigentlich ist danach? Was glaubst du ist danach? Und einige haben eine Antwort im Glauben gefunden und einige sind auf der Suche. Ich habe gesagt, ich bin froh, einen Gott zu haben, der mir den Himmel eröffnet hat, der mich aus der Beschränktheit dieses Lebens hineingenommen hat in das Unendliche, denn sonst wäre jedes Leben sinnlos und sinnleer. Das Kreuz eine Torheit? Nein, das Kreuz als Zeichen des Heiles und der Erlösung. In Zeiten, wo andere Kreuze abmontieren, haben wir eines renoviert. Es mahnt uns, es lädt uns ein, uns unseres eigenen Weges bewusst zu werden, fest verankert in der Erde wie der Heiland am Kreuz die ganze Welt zu umarmen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein geliebter Sohn Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben, um alle Menschen zu erlösen und ihnen den Himmel zu öffnen. So bitten wir dich, segne dieses Kreuz. Segne alle, die hier vorbeikommen. Stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht, Liebe und Weisheit erkennen und in die Ewigkeit teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt, liebt und wirkt. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch sein heiliges Kreuz erlöst hat. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wende dich allen Menschen gültig zu, damit sie erkennen, dass du allein das Heil der Welt bist. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Tief, dass alle Menschen einander als Brüder und Schwestern annehmen. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Rette alle, die uns in diesem Zeichen gläubig vorangegangen sind. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Stärke alle, die an diesem Kreuz vorüber gehen, auf ihrem eigenen Lebensweg. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lohne allen, die zur Erneuerung dieses Kreuzes beigetragen haben, ihr Tun und ihr Wirken. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Segne alle, die in den vergangenen Zeiten für dieses Kreuz eingetreten sind und es immer wieder erneuert haben. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Vertrauen auf die rettende Macht deines Kreuzes beten wir gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld, Herr, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Göttingen. Himmlischer Vater, wir verehren das Kreuz deines Sohnes Jesus Christus und preisen seine Auferstehung. Denn durch das Kreuz kam Freude in alle Welt. Im Kreuz ist uns heil geworden. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor wir um den Segen Gottes bieten, möchte ich noch ein allgemeines Danke und Vergeltes Gott sagen und ich werde mich nachher bei jenen, die maßgeblich daran beteiligt werden, wir haben es am Anfang gehört, auch nochmals erkenntlich zeigen und mich bedanken. Bitten wir nun Gott um seinen Segen für uns selbst, für alle, die wir im Herzen tragen, die wir lieben, die uns anvertraut sind im Alltag und Dienst, letztlich für die ganze Welt und im Anschluss sind alle zu einer kleinen Erfrischung bei diesen Temperaturen, vor allem in der Sonne, eingeladen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne ich auf die Fürsprache Mariens, Ihres Bräutigams, des Heiligen Josef, des Heiligen Martin, von Thur, des Seligen Ladislaus, aller Seliger und Heiliger, auf deren Fürsprache wir vertrauen dürfen. Allmächtiger und Liebender Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Amen. Zing het lopend prijs. Dank zei Gott in Heren. Gott 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 Musik Ich bin total verwachsen. Ja, ja, genau. Ein sehr schöner Platz hier. Wunderbar. Ja, das waren viele Frauen. Das stimmt nicht. Dass ihr auch nachher noch Zeit habt, um die Zähne mitzukommen. Ja, danke. Seid ihr meine Ehrengäste. Es gibt immer so die Kommandos-Points. Das hat auch die Militärsäuelsorge. Wirklich herzlichen Dank für euren Einsatz. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ist wunderschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Danke. Danke vielmals. Danke schön. Danke schön. Danke vielmals. Und seit zwei Minuten. Das ist die Kommandos-Points der Militärsäuelsorge. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Ich glaube, dass so viele Bomben gespielt wurden. Mit denen haben wir eigentlich nicht gerechnet. Nein, wir haben viele Geräte mit denen kommen. Ich muss auch ein wenig spielen. Ich muss auch ein wenig spielen. Ich muss auch ein wenig spielen. Sie sollen mitkommen beim Traditionstag. Sie sind unsere Ehrengäste. Herr Bürgermeister, heute in Güssing wurde das Kreuz renoviert und heute gesegnet. Immer wieder passiert was in Güssing. Was sagen Sie zu diesem Kreuz? Na, es freut mich, dass sich in Güssing viel tut. Fast jeden Tag ist sie kein Event. Und heute würde ich das nicht als Event bezeichnen, sondern eine schöne Sache, die hier durchgeführt wurde. Und dieses Wegkreuz, das hier jetzt am Rad- und Gehweg steht und längere Zeit einfach nicht so schön zum Ansehen war, ist jetzt durch die Mitglieder der Kaserne Güssing renoviert worden. Und das zeugt auch davon, wie gut das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Kaserne und dem Militär ist. Und das ist ein schönes Zeichen der Verbundenheit zwischen dem Bundesheer und der Bevölkerung. Und dieses Wegkreuz lädt natürlich hier ein, hier zu verweilen, nachzudenken über das eine oder andere oder vielleicht auch nachzudenken, wie gut es einem geht. Man muss es ja auch positiv sehen und nicht nur negative Sachen vor einem Kreuz sozusagen über sich ergehen lassen oder nachdenken über negative Sachen. Und daher finde ich es großartig, dass wir jetzt zusätzlich hier eine Möglichkeit haben, stehen zu bleiben, nachzudenken, sich an der Natur erfreuen und sich am Leben zu erfreuen. 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 5